Wo wollen die denn jetzt hin? Ja. Willst du jetzt hier loskommen? Ich stehe jetzt hier auf, ich filme. Das ist aber unser Sitz. Ja. Du sitzt echt auf unserem Sitz. Weil die können jetzt Sitze haben. Ganz einfach merken wir, wenn die auch sind. Nee, die haben 16. Und ich esse. Guck mal auf das Rippchen. Das Problem ist, dass die ganz, ganz lieben sind.